Wir haben eine Verstärkung! Jawohl, Kommandant! Schick mir sofort Verstärkung! Was ist das? 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 So this is where they transferred you? Yeah, six months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my bristles. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for Maudlin's stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these perks like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Help them hinges don't rust till I get back. Cousin Wilma on the dive bar in Mesquite. Get out of the first tunnel over there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. Sweet, sweet candy. Sweet, sweet candy. Clear, sweet candy. Drink, 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 run away. Direc. Lass lieber auf, wo du hingehst! Ich hab's am Toilettenmohlen, ihr Freund! Was soll ich denn sonst damit machen? Hey, Oma! Der Obersturmbandführer von Schaps ist hier. Da kann sie gut zuschauen. So, spricht man das raus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strass will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden! Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können! Ach, Schreiner, verdammt nochmals! Lassen Sie mich doch erst mal meinen Wein genießen! General Strass will Ergebnisse sehen, Helga! Ich bring Sie zur Ausgrabung, das werden Sie schon sehen! Warten Sie! Fuck! Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein. Setzen Sie sich! Wie heißen Sie? Ähm... Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Wein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Ich habe mein Schicksal in die Hand. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los. Probieren Sie. Und? Kostlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Kostlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Pott schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ersten Feind vorsetzen. Kostlich! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Aber dass... ... weil... ... unser liebster, in-competent Schreiner... ... ist kein Begeister. Er ist ein Super- Du denkst, ich würde mich von deinem Atrocious-German empfangen werden? Jetzt gib mir die Forderung, Franz! Oh. Kommen, Frau Obersturmann, Frau Fandschaft. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Sie haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie ihn nicht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017